Was macht Marta? Sie arbeitet am Computer. Wo ist Marta? Im Kino. Sie schaut sich einen Film an. Was macht Peter? Er studiert an der Universität. Er studiert Sprachen. Wo ist Peter? Im Kaffee. Er trinkt Kaffee. Wohin gehen Sie gern? Ins Konzert. Sie hören gern Musik. Wohin gehen Sie nicht gern? In die Disco. Sie tanzen nicht gern. Wohin gehen Sie nicht gern? Im Kaffee. Im Kaffee. Was macht man? Beim atten.